Das heißt, es ist eben nicht so, wie auf dem klassischen Kostischen, dass du die ganze Woche deinen Tisch hast, deinen Tisch nach Bahn und deinen Kellner. Das ist bei Neo nicht so, aber es funktioniert dafür auch relativ gut, dass man einfach spontan sich seinen Tag aufteilt und abfällt. Das ist das Hauptresto, darauf man kann essen gehen, wenn man will, keine feste Essenszeiten. Sollte es in den Doppelzeiten voll sein, dann sagt der Mädchen am Eingang, 15 Stunden, 20 Minuten, gehen Sie doch bitte nochmal an die Bahn, holen Sie da noch so, wenn Sie hier relativ dicht. Da hinten dran wäre dann auch gleich... Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Aufmerksamkeit.